Ist es hier so warm oder ist es wegen dem Baustrahler? Hallo Simone, was machst du denn hier? Ich bin Krankenschwester und meine Aufgaben bestehen hauptsächlich in dem OP-Bereich. Und was ist hier so besonders? Es war für mich ganz neu, dass sich jemand für Krankenschwestern interessiert, die Kinder haben. Warum hast du diese Praxis gewählt? Überzeugt hat mich die eigentlich eine ziemlich offene und lässige Art. Man hatte auch das Gefühl von Anfang an, man darf sich mit einbringen. Das fand ich sehr schön. Dann erzähl uns mal was über euren Team-Spirit. Es ist sehr lustig bei uns und das macht es wirklich angenehm. Wir können gut scherzen zusammen. Und wie stellst du dir dein Traumkollegium vor? Ein Traumkollegium wäre natürlich auch mal ein Träumchen. Eigentlich geht es uns darum, dass jemand engagiert ist, offen ist auch für Neues. Bei uns gibt es viel Neues, gibt es viele Veränderungen. Danke, das war es auch schon. Es waren viele Stotterli dabei. Nein, ist schon okay. Vielen Dank.